Die St. Galler Kantonalbank schaut auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Wir haben unseren Reingewinn um über 8% auf 181 Millionen steigern können. Das dankt einem ausgezeichneten Wachstum. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen eine nahe, vertraute Bank. Dieses Vertrauen zeigt sich ganz besonders bei den Geldern, die uns unsere Kundinnen und Kunden anvertrauen. Sie sind im Jahr 2021 um fast 15% auf 56 Milliarden gestiegen. Zu diesem super Wachstum haben alle Geschäftsfelder beigebracht, sowohl im Heimmarkt als auch in der Deutschschweiz und in Deutschland. Von diesem guten Ergebnis profitieren auch unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Der Verwaltungsrat schlägt darum vor, Dividenden um 1 Franken auf 17 Franken zu erhöhen. Das entspricht einer Rendite von guten 3,9%. Profitieren tut auch unser Hauptaktionär, der Kanton St. Gallen. Als Hauptaktionär kommt er 52 Millionen Franken über. Ich bin mit dem Jahr 2021 sehr zufrieden und bin stolz auf unsere Leistung. In Zukunft schaue ich sehr zuversichtlich. St. Gallen Kantonalbank ist richtig aufgestellt, hat die richtige Strategie, die richtige Kultur und die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2021 war ein sehr gutes Jahr. Diese Leistung wollen wir auch in diesem Jahr wiederholen. Man rechnet mit einem Ergebnis auf Vorjahresniveau. Ich freue mich, dass wir mit SGKB U ein ganz neues Angebot präsentieren dürfen. Die St. Gallen Kantonalbank begleitet ihre Kundinnen und Kunden während dem gesamten Leben. Wir sind der erste Ansprechpartner in allen finanziellen Angelegenheiten. Das ist unser Anspruch. SGKB U richtet sich dabei an unsere jüngsten Kundinnen und Kunden. SGKB U begleitet Mädchen und Jungen ab der Geburt, über den Kindergarten und Schule bis zum Abschluss der Lehre oder dem Studium. Unsere Kinder wachsen heute in einer digitalen Welt auf. Mit SGKB U können Sie ab sechs Jahren eine App haben, wo Sie Ihr eigenes Geld verwalten und sich Sparziele setzen können. Ergänzt wird es durch eine erste Karte zum Zahlen im Laden, aber auch im Internet. Ganz wichtig, die Eltern haben immer die ganze Kontrolle. Und so entsteht auch ein Dialog über das Geld zwischen den Kindern und den Eltern. Mit SGKB U erfüllen wir Bedürfnisse und Wünsche von Eltern und Kindern auf eine moderne Art und helfen mit, dass Kinder schon früh lernen, mit dem Geld richtig zu haushalten. Darum engagiert sich die St. Gallen Kantonalbank zusammen mit anderen Kantonalbanken auch bei anderen guten Dingen wie die Webseite jugendbudget.ch oder auch die Lehrmittel für die Oberstufe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017